Der folgende Clip wird Ihnen präsentiert von NoBasics Modefabrik, Ihr Fashion-Partner in Selb. Ein herzliches Hallo heute vom Selber Bürgerfest. Fanconia Films ist natürlich wieder live für Euch vor Ort, aber heute nicht nur als Berichterstatter, sondern auch in eigener Sache. Denn wir zeigen heute allen Interessierten, was Fanconia Films ist und was wir bis jetzt gemacht haben. Und das Schöne ist an diesem Fest, es feiern die Bürgerinnen und Bürger auch wirklich alle mit. Sie beteiligen sich, sie sehen hier viele Stände beispielsweise aufgebaut, wo wirklich auch Selberinnen und Selber dahinterstehen und etwas auch wirklich darstellen und zeigen, was sie das ganze Jahr über machen. Viele Leute, das Wetter hört aus. Gute Stimmung. Wir wollen einfach die Feuerwehr den Bürgern näher bringen mit einer Brandsommunationsanlage, wo sie auch mal selber einen Brand löschen können, einen kleinen Papiercontainerbrand oder Papierkorbbrand. Für die Kinderwängerattraktionen wie Spritzwand, Popiker und einfach auch über die Rauchmeterpflicht, die demnächst ansteht. Sind Sie schon länger da, also auf dem Bürgerfest oder ist es das erste Jahr hier? Wir sind jedes Jahr vertreten. Wir sind gerne hier, damit wir uns einfach vorstellen können. Schön viel los, Leute, alles super drauf. Ich muss sagen, wunderbare Essensauswahl und alles, also klasse. Würden Sie nächstes Jahr wiederkommen? Auf jeden Fall.